Zögerst du immer noch, Frauen anzusprechen? Zögerst du, auf diese Frauen zuzugehen, die dir dein Herz schneller schlagen lassen? Dann ist genau diese Folge die richtige für dich. Denn in dieser Folge werden wir ganz tief daran eintauchen, was eigentlich zu deinem Selbstmitleid, zu diesem Zögern führt und wie du es überwinden kannst. Und diese Folge mache ich heute alleine. Und das ist ein bisschen verwirrend, weil ich mache ja auch zwischendurch die Selbstbewusstseins-Spezialfolgen, wo jetzt auch bald dann die zweite oder dritte rauskommt, jetzt bei uns hier auf diesem Kanal. Deswegen abonnieren nicht vergessen, denn Andi ist heute nicht da. Ich mache diese Folge alleine, weil Andi heute mit unserem Kollegen Sven in Gesprächen ist, um neue Mitarbeiter einzustellen. Und wenn du auch vielleicht für uns arbeiten möchtest, dann findest du in der Beschreibung auch eine E-Mail-Adresse, an der du zum Beispiel, oder auch einen Link, je nachdem, was wir da reinpacken, in der du herausfinden kannst, was wir gerade suchen und ob du genau der Richtige vielleicht für uns bist. Aber abseits davon, es geht in dieser Folge um Selbstmitleid, um das Zögern und wie du endlich in die Handlung kommst. Lass uns loslegen. Weißt du, woher die Aussage den Weg des geringsten Widerstands gehen herkommt? Die kommt nicht aus dem Physikunterricht, wo du gelernt hast, dass Strom den Weg des geringsten Widerstandes geht, sondern aus der griechischen Mythologie. Und zwar gibt es die Geschichte von Herkules, Herakles, der metaphorisch an einem Scheideweg steht. Und zwar gibt es einerseits den Weg, der, muss ich gerade schauen, wie die Göttin heißt. Also er steht an einem Scheideweg und zwei Göttinnen, zwei Frauen erscheinen vor ihm. Es gibt einmal dann die Göttin der Tugend, das ist Arete. Ich muss das gerade nachschauen, ich habe mir das nicht gemerkt. Und es gibt einmal die Göttin, also die Göttin der Tugend, Arete, und die Göttin des Lasters, Kakia oder Kakia oder wie auch immer. Und die Göttin der Tugend zeigt Herakles einen Weg, der steinig, der beschwerlich ist, der auslaugend ist, aber am Ende einen großen Erfolg, einen großen Schatz beinhaltet. Und dann gibt es den Weg entsprechend des Lasters und den Weg des geringsten Widerstandes damit, der verspricht, dass er angenehm wird, dass er einfach wird, dass er viel Vergnügen beinhaltet und einfach mit Leichtigkeit zu gehen, zu gehen ist. Und diese Sache, also dieser Scheideweg impliziert oder beziehungsweise stellt metaphorisch dar, etwas, was dir wahrscheinlich jeden Tag auch widerfährt. Und zwar gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes oder gehe ich den Weg, der jetzt gerade schwer ist, gehe ich den Weg der Überwindung und den Weg entsprechend damit, der mir viel mehr Erfolg bringt in der Zukunft. Und darum soll es heute gehen. Es geht heute um das Thema Selbstmitleid und warum du immer noch zögerst oder warum du immer wieder zögerst, die Frau anzusprechen, die dir dein Herz so viel schneller schlagen lässt. Und zwar, es gibt die schöne, den schönen Satz, jetzt muss ich ihn auch gerade mal hier aus meinen Notizen heraussuchen, und zwar nämlich von Friedrich Nietzsche. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Und das ist etwas, was wir so oft, also den hast du gehört, den kennst du, rational kennst du diesen Spruch und du weißt, dass du die Dinge tun solltest, aber du machst es trotzdem nicht. Du zögerst. Und dann ist der Moment vorbei. Sei es, dass du vielleicht auf dem Weg zur Arbeit immer wieder diese Frau siehst, die dir dein Herz schneller schlagen lässt. Zum Beispiel, wenn ihr gemeinsam in der U-Bahn sitzt oder so. Und du zögerst immer wieder. Sagst sie vielleicht sogar, morgen, morgen mache ich es. Morgen gehe ich mal darüber, sprich sie an. Und dann ist der nächste Tag und dann sitzt sie da vielleicht versunken in ihrem Buch oder in ihrem Handy. Und dann denkst du dir, ach, jetzt will ich sie auch nicht stören. Jetzt hat sie ja zum Beispiel auch Kopfhörer im Ohr. Ich bin ja nicht so jemand, falls du dich an die letzte Folge erinnerst mit Identitäten. Ich bin ja nicht so jemand, der Menschen stört, der Menschen gerne stört. Und da ist entsprechend ganz viel Widerstand in dir. Und stattdessen entscheidest du dich für den Weg des geringsten Widerstandes. Du entscheidest dich für den Weg der Göttin des Lasters. Du entscheidest dich für den Weg, der dich sehr viel einfacher ist. entspannter ist. Aber den Weg, der am Ende keinen großen Schatz dir verspricht, sondern ganz, ganz viel Leid und Reue. Und Reue ist der Treibstoff deines Zögerns und deines Selbstmitleids. Weil wenn du mal schaust, für wen hast du denn Mitleid? Für Menschen, denen es wahrscheinlich schlechter geht als dir. wenn jemandem etwas irgendwie passiert ist, irgendwie ein Unglück passiert ist, dann bist du diesem Menschen gegenüber mitleidig, dann hast du Mitleid mit diesen Menschen. Du leidest mit. Und dieses Selbstmitleid hast du dann entsprechend, wie der Name schon sagt, das ist jetzt keine große Erleuchtung, die du jetzt hier durch diesen Satz hier bekommst. Dieses Selbstmitleid gibst du dir selber. Weil du selber denkst, ich kann viel mehr. Ich kann eigentlich viel mehr. Dass ich dieses Ziel habe, dass ich diese Frau ansprechen möchte, zeigt mir, dass das möglich ist, dass ich das machen kann. Es zeigt mir, dass das in mir steckt. Dass mein Herz schlägt, wenn ich diese Frau sehe, zeigt mir, dass das vielleicht sogar der richtige Weg für mich ist. Auch wenn er steinig und beschwerlich ist und auch wenn ich mich überwinden muss. Und wenn er mich vielleicht sogar auslaugt, ab am Ende werde ich mich viel, viel besser fühlen. Stattdessen zögerst du und gehst den Weg des geringsten Widerstandes und machst nichts. Und deswegen fühlst du dieses Selbstmitleid. Deswegen denkst du dann immer wieder über dich selber, dass du nicht gut genug bist. Und das führt dann dazu, diese Reue, das meine ich mit dem Treibstoff, die ist immer in dir. Die nimmst du mit in die nächste Situation. Die nimmst du mit dann in die Situation, wenn es darum geht, oder wenn du vielleicht mit deinen Freunden unterwegs bist oder deine Freunde dann irgendwie am Wochenende jetzt im Sommer zum Grillen triffst, so bei sich im Garten und dann haben die da schon einfach ein ganz tolles Haus und Familie und du nicht. Und vielleicht nagt irgendetwas in dir, dass du denkst, wann ist denn meine Zeit gekommen? Wann bin ich denn dran? Wann klappt es denn bei mir? Und vielleicht merkst du auch die Blicke deiner Freunde, dass sie denken, oder dass sie das nicht mal selber aussprechen, aber dass sie einen mitleidigen Blick in den Augen haben, in ihrer Stimme haben, wenn es um das Thema geht, wann es denn bei dir soweit ist. Wann du denn jemanden findest. Und dass du ja ach so ein guter Kerl bist. Dass du so ein gutes Herz hast. Aber es klappt einfach nicht. Du merkst es auch bei den, es ist nicht so, dass du vielleicht gar keinen Kontakt bei Frauen hast. Viele unserer Teilnehmer, die haben Frauen in ihrem Leben, aber das sind Freundschaften. Das sind nicht unbedingt Liebesbeziehungen. Und du denkst dir dann vielleicht, wie kann es denn sein, dass diese Frauen, mit denen ich so viel Zeit verbringe und mich gut verstehe, oder vielleicht die ich auch regelmäßig treffe, wie kann es denn sein, dass die nicht sehen, was für ein toller Kerl ich bin. Wie kann es denn sein, dass sie nicht sehen, dass wir vielleicht sogar ganz gut zusammenpassen. Während sie mir aber auch die ganze Zeit sagen, dass ich ein toller Kerl bin. Wie kann das sein? Da muss doch irgendwann mal eine Belohnung für mich rausspringen. Und du merkst das Selbstmitleid, du merkst das Mitleid in der Stimme, in den Augen dieser Menschen, dieser Frauen, deiner Freunde, weil sie mit dir mit leiden. Sollte ich gerade sagen, mitfühlen, aber Mitgefühl ist was Gutes. Das ist Empathie. Mit Leid ist eher auf jemanden herabschauen. Das meint die Person gar nicht böse. aber wenn wir Mitleid mit jemandem haben, dann interpretieren wir das, was diese Person fühlt, als schlimm, als Schmerz. Und wenn wir im Schmerz verweilen, dann nennen wir das Leid. Schmerz ist einfach nur eine Situation. Und wenn wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, auch unterbewusst dafür entscheiden, in diesem Schmerz zu bleiben, weil das unsere Identität ist, dann nennen wir das Leid. und entsprechend ist das dann die Interpretation der anderen Menschen, der Freunde, dieser Frauen, dass die Situation, in der du bist, schlecht ist. Das ist aber nämlich auch deine Interpretation. Andere Menschen würden das Mitleid mit dir nicht haben, wenn du kein Mitleid mit dir selber hättest. Wenn du nicht selber über dich denken würdest, dass in der Situation, in der du dich befindest, dass sie schlecht ist und dass du sie lösen möchtest und dass das ein großes Problem ist und dass du darunter leidest. Wenn du darunter leidest, dann kannst du nur Selbstmitleid fühlen. Und dieses Selbstmitleid, das füttert dann auch weitere Situationen. Das nagt sich in dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen. Das nagt sich daran, dass du vielleicht in deinem Job maximal auf Kompetenz zurückgreifen kannst, aber nicht wirklich auf Selbstbewusstsein. Was meine ich damit? Kompetenz ist, wenn wir, ein kleiner Exkurs, das ist gar nicht so viel Teil dieser Folge heute, aber Kompetenz bedeutet, dass du eine Fähigkeit gelernt hast und diese Fähigkeit aus dem, wie man so schön sagt im Deutschen, aus dem FF beherrschst und dich dann in dieser Situation wohlfühlst. man könnte es auch situatives Selbstbewusstsein machen. Aber Kompetenz ist mehr eine technische Sache. Und das fühlt sich aber gut an, kompetent zu sein, weil in dieser Kompetenz bist du dann jemand, der zu dem aufgeschaut wird vielleicht, der vielleicht sogar Führungspositionen einnimmt durch diese Kompetenz und mit dieser Kompetenz und dann entsprechend Menschen anleitet. und dann fragst du dich, wie kann es denn sein, dass ich in meinem Job so selbstbewusst bin, aber außerhalb nicht. Wie kann es denn sein, dass ich in meinem Job mit Frauen sprechen kann, mit denen flirten kann, aber wenn es darüber hinaus geht und in mein Privatleben hineingeht, dann bin ich eine ganz andere Person. Dann habe ich das Gefühl, dass ich ganz schnell, das ganz schnell herausgefunden wird, was ich eigentlich im Schilde führe und ich muss das verstecken vor der Frau, weil das, was ich eigentlich möchte von ihr super beschämend ist und das macht man nicht und das sollte niemand fühlen und so weiter. Da habe ich erst mal gerade ein wenig in den Raum hineingesprochen und gar nicht so deutlich gemacht, was genau diese Punkte sind, wenn wir herausgefunden werden, ich glaube, das ist kein Deutsch, wenn die Frau herausfindet, dass wir eigentlich etwas im Schilde führen, eine versteckte Agenda haben und sie eigentlich ganz toll finden und ganz sexy finden und eigentlich gerne mit ihr von mir aus schlafen würden und dann müssen wir das aber verstecken und wenn sie das herausfinden würde, dann wäre das ganz schlimm. Damit habe ich erst mal gerade nur so in den Raum hineingesprochen, weil dieses Thema betrifft also fast jeden, der sich bei uns in der Flirtanalyse einträgt, 90% der Männer und damit bist du nicht alleine. Das ist so ein kleiner Dämon in deinem Kopf, der dir einreden möchte, dass weil du sowieso schon dein Leben lang nicht diesen Erfolg hast, dass du jetzt sowieso gar nicht anfangen brauchst damit, dass du jetzt sowieso überhaupt nicht versuchen musst irgendetwas dran zu ändern, weil gib dich einfach damit zufrieden, dass du so wie du bist, das ist jetzt einfach deine DNA, das ist dein genetisches Gefängnis und du musst dich jetzt einfach damit zufrieden geben, dass du niemals den Erfolg haben wirst, den andere haben werden. Und sobald du dich halt auch mit anderen vergleichst oder mit einem gewissen Potenzial von dir vergleichst, was du dann glaube ich niemals glaube ich niemals erreichen wirst, ich glaube daran, ich habe jetzt aus deiner Sicht gesprochen, mit glaube ich niemals erreichen werde, dann genau, wenn du in dieser Situation bist, dann fühlt sich das halt, dann ist da so eine Reibung in dir, auf diese Reibung komme ich gleich zu sprechen, aber du vergleichst dich mit anderen oder mit deinem Potenzial selbst, aber hauptsächlich vergleichst du dich vielleicht sogar mit anderen und weil du dich mit anderen vergleichst, bemitleidest du dich wieder. Du siehst oft, dass andere entsprechen vielleicht deine Freunde oder dieser eine Typ, der jetzt diese Frau, die du gerne kennenlernen möchtest, jetzt irgendwie mit dieser Frau spricht oder mit dieser Frau sogar eine Beziehung begonnen hat oder diese Frau, mit der du gerne anbandeln würdest, einen Freund hat und dann bist du neidisch, eifersüchtig, was auch immer. dass du wieder denkst, dass du nicht gut genug bist, dass irgendetwas in dir falsch sein könnte, dass du nicht richtig sein könntest, dass du fehlerhaft bist oder dass du dich einfach damit abfinden musst, dass du niemals den Erfolg haben wirst, den du gerne hättest. Und hier ist aber die gute Nachricht für dich. Ein universelles Gesetz sagt, das, was du suchst, das sucht auch dich. Das ist ein Zitat vom persischen Philosophen Rumi vor einigen hundert Jahren, wenn ich sogar tausend Jahre, keine Ahnung, ich muss mal schauen, wann der gelebt hat. Auf jeden Fall, Rumi hat gesagt, was du suchst, sucht auch dich. Und du kannst dir es auch so vorstellen, dass egal, welchen Sport du machst, gehen wir mal davon aus, dass du nicht Tennis spielst. Also selbst wenn du Tennis spielst, gehen wir davon aus, dass du nicht Tennis spielst. Wenn du kein Interesse an Tennis hättest, würdest du keinen Tennis Unterricht nehmen. Offensichtlich. Warum würdest du das machen, wenn du Interesse daran hättest? Das bedeutet, im Umkehrschluss, nur zukünftige Tennisspieler nehmen Tennis Unterricht. Jetzt klingt als ob da was fehlt oder als ob das zu offensichtlich ist, aber als ob die Logik nicht ganz stimmig sei. Aber das ist einfach nur, weil es extrem einfach ist. Nur zukünftige Tennisspieler nehmen Tennis Unterricht. Der Fakt, dass du dich damit beschäftigst, deine Einsamkeit zu überwinden oder im besten Fall sogar eine Freundin zu finden und diese oder ganz viele tolle Frauen kennenzulernen und diese Frauen zu lieben bedeutet, dass du dieses Ziel erreichen wirst. Oder später. Das ist die gute Nachricht. Du würdest nicht diesen Podcast hören, wenn es nicht dein Ziel wäre und dieses Ziel nicht erreichen würdest, würdest du nicht diesen Podcast hören. Du würdest einen anderen Podcast hören. Es werden jeden Tag wie viel ist es mittlerweile? Keine Ahnung. Ich sag mal 14 Tage an jeden Tag werden 14 Tage an Videos hochgeladen auf YouTube alleine. Du könntest dir so viele andere Sachen anhören, anschauen, aber du entscheidest dich gerade dafür. Das ist eine gute Nachricht. Das ist ein gutes Zeichen. Du würdest diese Inhalte nicht konsumieren, wenn du nicht dein Ziel erreichen würdest. Jeder Inhalt, den du konsumierst, jede Information, die du bekommst, bringt dich näher an dein Ziel. Sonst kannst du dich entscheiden, das alleine zu machen und das ist auch völlig okay. Das machen einige und das ist vollkommen okay. Du kannst dich aber auch entscheiden, das mit einem Coach zusammen zu machen. Das müssen nicht wir sein. Wenn du dir schon viele Folgen von uns angehört hast und das Gefühl hast, dass wir deine Sprache sprechen, dann geh auf flirtanalyse.de und dann sprechen wir bald in der Flirtanalyse und schauen entsprechend, wo es bei dir hakt, was deine nächsten Schritte sind und wie schnell du dein Ziel erreichen kannst, was du dafür tun musst. Dann kannst dich immer noch entscheiden, ob wir dann zusammen arbeiten oder du das alleine machen möchtest. Da sind wir völlig entspannt. Wir machen das seit über 13 Jahren und wir würden das nicht so lange machen, wenn wir nicht super entspannt damit wären und auch Erfolge mit unseren Teilnehmern erreichen würden. So, genug vom Marketing hier gerade, vom Werbepitch. Selbstmitleid ist quasi wie so ein es gibt die Geschichte von diesem Wanderer, der so durstig durch die Wüste geht oder halt entsprechend so durch die Prärie geht und da trifft er halt so auf so ein Haus und auf der Veranda des Hauses sitzt ein alter Mann im Schaukelstuhl und neben ihm sitzt sein alter Hund und der Hund jault die ganze Zeit. Und der Wanderer fragt den Mann, kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Ich bin schon seit Tagen unterwegs, ich habe super Durst. Und der alte Mann gießt ihm genussvoll etwas von seiner Limonade ein und der Wanderer trinkt. Und dann merkt er, dass der Hund die ganze Zeit jault. Nachdem er dann das Glas ausgetrunken hat, fragt er den alten Mann, sag mal, warum jault denn dein Hund die ganze Zeit? Sagt der alte Mann, ach, der alte Köter liegt auf dem rostigen Nagel, aber der ist zu faul, um aufzustehen. Und das ist Selbstmitleid. Lieber jammern wir darum, dass wir halt auf so einem alten Nagel liegen, aber sind dann zu faul, um irgendetwas zu ändern. Und irgendwann wird sich aber dieser Nagel in unser Fleisch reinbohren. Oder mit unserem Fleisch sogar verwachsen. Und dann ist es extrem schmerzhaft, diesen Schritt zu gehen und von dieser Stelle aufzugehen, aufzustehen und in eine schönere Ecke auf der Veranda oder vielleicht in sein eigenes Bett zu gehen und so weiter. Du bist der Hund in dieser Geschichte. weil das Selbstmitleid halt nicht so stark ist oder vielleicht sogar sich sogar gut anfühlt, weil du es gewohnt bist, dass du dich so fühlst, bist du faul. Aber faul nicht im Sinne von, dass es eine Sünde wäre. So, also die, 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 die sieben Todsünden faul. Sondern im Sinne von bequem. Du bist, du magst es in deiner Komfortzone, weil du halt dieses Selbstmitleid kennst. Weil du das Jammern kennst. Weil du das Unterdrücken deiner Impulse kennst. Weil du kennst, weil du weißt, wie es sich anfühlt, eine Frau zu sehen, Herzklopf schneller, sie nicht anzusprechen und im Nachhinein das zu bereuen. Das ist bekannt für dich. Und das fällt dir vielleicht sogar nicht mal mehr auf. So, und das ist, das ist eine Sache, also dieses, das fällt dir sogar nicht mal mehr, das fällt dir vielleicht gar nicht mehr auf, nicht mal mehr auf. Das ist so eine Sache, das ist mir damals in der fünften Klasse klar geworden. Mein Lehrer hat irgendwann zu mir gesagt, also hat irgendwann so meinen Namen gerufen und gesagt, hör auf zu quatschen. Und ich fand, das war eine sehr komische Art und Weise, das Gespräch zu beginnen. Und dann habe ich ihn so angeschaut und dann hat er gesagt, du merkst gar nicht, dass du die ganze Zeit quatschst. Und ich habe es wirklich nicht gemerkt. Das hat ein paar Tage, Stunden gedauert, wo ich dann wieder, wieder in diesen Situationen war und dann gemerkt habe, so, okay, wow, der hat recht, ich quatsche die ganze Zeit und ich habe das nicht gemerkt. Deswegen war, dass er gesagt hat, Dominik, hör auf zu quatschen, eine sehr komische Art und Weise, das Gespräch zu beginnen. Weil ich nicht gemerkt habe, dass ich davor gequatscht habe. Genauso wie du wahrscheinlich nicht merkst, dass du die ganze Zeit jammerst, dass du die ganze Zeit deine Emotionen unterdrückst, dass du die ganze Zeit deine Wünsche, deine Impulse unterdrückst, nicht auf diese Frauen zugehst, nicht dein Herz öffnest, nicht das Gespräch beginnst, nicht das Gespräch führst, das du gerne führen möchtest, das du führen solltest, nicht den Schritt nimmst, den du machen solltest. Wie lange konsumierst du diesen Podcast schon? Wie lange folgst du uns schon? Wir haben Männer dabei in unserem Coaching, die verfolgen uns manchmal über fünf, sechs Jahre, bis sie dann die Entscheidung treffen. Fünf oder sechs Jahre lang an Leid, bevor sie die Entscheidung treffen, jetzt mit dem Coaching zu starten. Und innerhalb kürzester Zeit sind sie komplett, komplett andere Männer. Im positiven Sinne. Komplett andere Männer. Auch mal reagieren Menschen auf sie anders. Auch mal können sie Gespräche mit Frauen führen, wo sie im Vorhinein nur gedacht haben so, wie soll ich jemals mit diesem göttlichen Wesen sprechen? Die Frage ist halt so, wie lange willst du halt dieser jammernde, alte Hund bleiben, der auf dem rostigen Nagel liegt? Bist du dir nicht mehr wert? Willst du dir selber weiter einreden, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist? Dass du vielleicht noch ein bisschen länger leiden solltest, weil sich das so gut anfühlt? Aus welchem Grund sollte sich, aus welchem Grund sollte Leid etwas Gutes sein? Aus welchem Grund sollte Schmerz, Leid ist die Entscheidung, im Schmerz zu bleiben, aus welchem Grund sollte Schmerz etwas Gutes sein? Wenn du deine Hand auf die Herdplatte legst und das weh tut, dann ziehst du deine Hand schnell wieder weg. Das ist der Grund, warum Schmerz etwas Gutes ist. Schmerz sagt, nicht diesen Weg gehen. Schmerz sagt, falscher Weg. Wann fängst du an, auf den Schmerz zu hören? Wann fängst du an, darauf zu hören, dass es nicht okay ist, da zu sein, wo du gerade bist? Niemand kann dir ohne deine Zustimmung das Gefühl geben, minderwertig zu sein. Das hat Eleanor Roosevelt gesagt. Und da ist so viel Wahres dran. Wir kriegen von, also nicht nur halt von unserer Außenwelt ganz viele Einflüsse auf uns, dass wir in irgendeiner Form ruhig sein sollen, uns klein halten sollen, dass wir in irgendeiner Form weniger wert, sprich minderwertig sind. Aber was wir sehr oft vergessen, ist, dass wir uns das selber auch einreden. Du siehst die Frau morgens in der U-Bahn, die du seit Ewigkeiten ansprechen möchtest oder wie noch immer. Und du denkst dir, ja, sie ist bestimmt nicht an jemanden wie mir interessiert. Und dann ist das die Geschichte, die du dir weiter erzählst. Und diese Geschichte, die nimmt halt kein Happy End. Also die hat halt vielleicht sogar kein Ende, was auch ein großer, ein sehr, sehr großer Knackpunkt ist. Weil wenn wir kein Ende finden der Geschichte, dann fangen wir die Geschichte immer wieder vorne an. Im Englischen nennt man das auch Closure. Also Closure bekommen. Im Deutschen sagt man dazu, ähm, da ist man die Kommentare. Ich komme gar nicht drauf. So, auf jeden Fall kommt diese Geschichte zum Abschluss. Du kannst dir das vorstellen, so jede Geschichte, die wir uns über uns selber erzählen, über das Leben erzählen, die, ähm, die beginnt einen, einen Kreis in unserem Kopf. Einen Kreis in unserem Kopf. Und wenn wir den Kreis nicht schließen, das mag unser Gehirn gar nicht, offene Kreise, wenn wir den Kreis nicht schließen, fängt unser Gehirn immer wieder von vorne an in der Hoffnung, dass wir endlich den Abschluss finden. endlich den Kreis schließen können. Aber wenn wir uns halt immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, von, ähm, sie mag mich sowieso nicht und diese Geschichte nicht zum Ende erzählen, dann geben wir immer mehr Energie, immer mehr Emotionen in diese Geschichte rein und weil wir das immer wiederholen, weil wir immer, immer und immer wieder uns die gleiche Geschichte erzählen und mit der Zeit einfach viel mehr Emotionen in diese Geschichte reinkommen, glauben wir sie. So einfach ist das. Das, was du dir die ganze Zeit erzählst, glaubst du irgendwann. Der Information, der du am meisten ausgeliefert bist, das ist deine Realität. Und die gute Nachricht ist, du hast es selbst in der Hand, was du möchtest. Du hast es selbst in der Hand, wie du deine Realität selber gestalten kannst. Erzähl dir einfach eine andere Geschichte. Wir haben in der letzten Folge noch mal kurz darüber gesprochen, über selbstwertförderliches Interpretieren. Das wäre zum Beispiel, statt dir zu sagen, sie mag sowieso nicht einen Typen wie mich, was das auch immer bedeutet, aber einfach nur mal als Beispiel, sie mag sowieso nicht so einen Typen wie mich, ist es selbstwertzerstörerisch und es ist Gedankenlesen, weil du weißt das gar nicht, was sie denken und du kannst nicht Gedankenlesen. Gedankenlesen bedeutet, du projizierst deine Gedanken in sie hinein, in ihren Kopf und damit in ihr Verhalten rein und weil du denkst, dass sie dich sowieso nicht mag, verhältst du dich so, wie, als ob sie dich nicht mag und dabei ist dann völlig egal, ob du sie ansprechen würdest oder nicht ansprechen würdest, du bekommst genau das, was du in ihre Gedanken hineingelesen hast. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du sagst, sie mag mich nicht und dann selbst, wenn du sie ansprichst, wirst du jeden Beweis dafür finden, dass sie dich nicht mag. Du wirst schon mit einer ganz anderen Energie dahingehen, du wirst halt nicht mit der Energie dahingehen, dass du überzeugt von dir bist, sondern du wirst mit der Energie dahingehen, dass du sowieso einen Korb bekommst und dass sie dich nicht mag und dann strahlst du das auch aus und dann wirst sie nicht anders können, als dir einen Korb zu geben. Dann wirst sie nicht anders können, als irgendwie das Gespräch kurz zu halten. Oder, selbst wenn sie interessiert an dem Gespräch ist, dann wirst du alles in Frage stellen, was sie tut und was sie sagt und wirst keinerlei weiterführende Gesprächsführung finden, um das Gespräch weiterzuführen, weil du dir einredest, ich muss jetzt dann das Beste sagen und ich habe sie sowieso vergeigt und sie mag mich sowieso nicht und ich muss mich jetzt hier beweisen und das ist ganz, ganz viel Stress und weil du im Stress bist, bist du nicht in der Kreativität, bist du, wenn du im Stress bist, bist du im Überlebensmodus und nicht im Erschaffungsmodus, nicht in der Kreativität, nicht in der Freude, nicht in der Liebe, sondern in der Angst und weil du Angst hast, irgendwie es zu verkacken, sie zu verlieren, bist du nicht du, bist du nicht kreativ, bist du nicht derjenige, der liebenswerte, witzige, authentische Typ, der du eigentlich bist. Der diese Hobbys hat, diese Passion hat, die du hast, die alle völlig okay sind, die alle sehr interessant sind, völlig egal, welche das ist und das alles fällt dir halt nicht ein, weil du glaubst, dass du dich dann beweisen möchtest, weil du in sie hinein Gedanken gelesen hast, dass sie dich nicht mag und deswegen verhältst du dich so und deswegen bekommst du auch dann genau dieses Resultat. So, das ist eine selbstwertzerstörerische Interpretation, sie mag mich nicht. Selbstwertförderlich wäre, alles, was sie tut, für dahin auszulegen, dass du liebenswert bist, dass sie dich mag und dann wirst du merken, je öfter du das machst, desto mehr Frauen reagieren ganz anders auf dich, mehr Menschen reagieren ganz anders auf dich und du kannst dir das vielleicht jetzt gerade noch nicht vorstellen, weil es jetzt vielleicht noch gar nicht deine Realität ist, aber das ist okay. Probier es mal aus. Für zwei Wochen alleine. Du wirst merken, dass Menschen anders auf dich reagieren. Indem du alles so interpretierst, dass es für dich ausgelegt wird, dass Menschen dich mögen. Selbst wenn du eine Frau ansprichst und sie dich ignoriert, dann könnte deine selbstwertförderliche Interpretation des Ganzen sein. Süß, sie ist so nervös, dass ein Mann wie ich sie anspricht, dass sie in Schockstarre verfällt und so tut, als wäre ich nicht da. Und das wird sich vielleicht für dich gerade so ganz komisch anhören. Kann das sein? Das ist ja, damit würde ich mich ja belügen. Das machst du sowieso schon. Du belügst dich die ganze Zeit. Du belügst dich die ganze Zeit, dass du weniger wert bist. Du belügst dich die ganze Zeit, dass keine Frau auf dich steht oder nur ganz wenige Frauen stehen oder was auch immer. Dass das Leben schwer ist, dass du ganz viel arbeiten musst für deinen Erfolg und so weiter. Das ist alles eine verfickte Lüge. Du belügst dich selber sowieso schon den ganzen Tag, seid so alt, wie du bist. Alles Bullshit. Du bist viel mehr als das. Du bist viel mehr als dieses kleine Selbst, das sagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, sie steht sowieso nicht auf mich. Du bist viel mehr als der alte Köter, der auf dem rostigen Nagel liegt und jammert. Du bist viel mehr als das. Der Schmerz zeigt dir die ganze Zeit, dass du größer bist und dass du nicht diesen Weg gehen solltest, der auf dem rostigen Nagel liegen ist. Oder auch nicht den Weg des geringsten Widerstandes gehen solltest, sondern den Weg des größten Widerstandes. Wo die Angst ist, ist der Weg. Du hättest keine Angst vor etwas, wenn dir genau das nicht wichtig wäre. Angst zeigt dir, Angst ist eine Nachricht. Angst zeigt dir, da ist der Weg. Und jetzt werden wieder einige Kommentare kommen. Okay, wenn ich Angst habe, irgendwie von der Klippe zu springen, dann soll ich das halt machen. Da hat Dominik gesagt, ha, ha, ha. Viel Spaß mit diesen Kommentaren. Du weißt genau, wovon ich spreche. Es gibt die Angst, die dein Überleben gefährdet oder signalisiert, dass hier eine Gefahr für dein Überleben ist. und es gibt die Angst vor der eigenen Größe. Und das ist genau diese Angst, vor der ich spreche. Die Angst vor der eigenen Größe. Die Angst vor dem Wachstum. Die Angst davor, vielleicht sogar, also es gibt so etwas in unserer Psyche, das im Englischen sagt man dazu Secondary Gains. Was hast du davon, dass du diese diese Situation hast? Was bringt dir diese Situation? Was bringt dir diese Angst? Womit hilft dir diese Angst? Oder was hast du Angst davor zu verlieren, wenn du die Angst verlierst? Bisschen kompliziert. Nehmen wir mal statt der Angst. Was hast du zu verlieren, wenn du plötzlich Erfolg bei Frauen hast? Was hast du Angst davor zu verlieren, wenn du plötzlich Erfolg bei Frauen hast? Was verlierst du, wenn du plötzlich Traumfrauen, deine Traumfrauen in dein Leben ziehst? Und es kann dann manchmal sein, dass du unterbewusst die Angst mit dir schleppst, dass du deine Freunde verlierst. Oder dass du die Gunst deiner Mutter verlierst. Deine Mutter ist vielleicht sogar schon seit einigen Jahren gestorben. Aber das ist für dein Unterbewusstsein völlig egal. Diese Angst schleppst du halt trotzdem mit dir mit. In irgendeiner Form bringt dir, also hast du etwas davon, du hast einen positiven Nebeneffekt davon, dass du deine Traumfrauen nicht in dein Leben ziehst. Und das gilt es, dass wir uns das mal anschauen. Das machen wir zum Beispiel dann im Mindset-Call bei uns im Coaching. Da gehen wir dann in die Tiefe rein. Wir gehen gar nicht so sehr, nicht so oft in die Vergangenheit, weil das ist gar nicht so wichtig. Also manchmal schon, aber die Frage ist eigentlich hauptsächlich, die wir uns stellen sollten, was möchte ich stattdessen? und lösen damit Schritt für Schritt die Anhaftung an das alte Problem. Aber das ist gerade ein bisschen kryptisch, würde jetzt gerade zu weit führen, wenn ich jetzt noch da rein rutsche. Aber das ist das große Thema hier drin. Wenn du in diesem Selbstmitleid bist, dieses Jammern, dieser Schmerz, in dem du liegst, der ist bekannt. Das ist deine Komfortzone. Und aus der Komfortzone kann nichts erwachsen. Darüber haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge auch ein wenig gesprochen. Und das, was du tun kannst, um diese Angst zu überwinden, ist Handeln. So einfach es auch klingt. Oder so, so einfach es auch klingt, ist einfach, wahrscheinlich auch einfacher gesagt als getan. Aber das, die Aktion, weil das Ding ist so, jetzt um meine Gedanken nochmal zu sortieren. Du hast halt nicht Angst davor, vor der Ablehnung der Frau. Du hast halt nicht Angst davor irgendwie, was auch immer, einen Korb zu bekommen. Du hast nicht Angst davor alleine zu bleiben. Davor hast du keine Angst. Du hast Angst vor der Angst. Mehr ist das nicht. Die Angst ist eine so, so starke Bewusstseinsebene, dass sie, Dinge überschattet und sich selbst referenziert. Du denkst, also wir sehen das zum Beispiel in der, in der, in der Angstforschung, dass jemand, der zum Beispiel Angst vor Spinnen hat, jetzt weiß ich die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, es ist 1,7. Jemand, der Angst vor Spinnen hat, sieht die Spinne als 1,7 mal größer, statistisch. Jemand, der Angst vor Höhen hat, also Höhenangst hat, der sieht die Höhe 1,7 mal höher, als sie eigentlich ist. Also wir sehen die Sache, vor der wir Angst haben, größer, als wie sie eigentlich ist. Und das verstärkt natürlich die Angst. Also wenn du halt so einfach eine kleine Spinne hast und dann hättest du einfach kleine Angst, hast du eine etwas größere Spinne und etwas mehr Angst. Und weil sie größer ist, hast du dadurch nochmal mehr Angst. Macht Sinn, oder? Und diese Angst, diese Angst ist halt nicht begründet auf dem, was eigentlich da ist, weil du die Sache größer siehst. Und das, was du tun kannst, um diese Angst zu überwinden, ist halt nicht, dich nochmal mit Sachen beschäftigen oder diese Angst vermeiden oder was auch immer, sondern handeln. Handeln, 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 auf diese Angst zugehen. Erstmal kleine Dinge machen. Also es gibt halt die eine Gruppe von Menschen, die, die mag es zum Beispiel ins kalte Wasser geschubst zu werden. Bei denen funktioniert das sehr gut. Da haben wir, das ist die Hälfte der Männer bei uns im Coaching. Die andere Hälfte, die braucht das und das ist beides okay. Die braucht das zum Beispiel so langsam ins kalte Wasser reingeführt zu werden. So erstmal mit dem kleinen Zeh rein, dann mit dem Fuß und dann so akklimatisieren, Schritt für Schritt. Und beides ist okay. So das sind einfach verschiedene Arten und Weisen, sich mit einer gewissen Sache zu konfrontieren. Da ist nichts besser, nichts schlechter. Jetzt bist du aber vielleicht jemand, der es zum Beispiel langsam braucht, der langsam dieses Wasser rein rein möchte. Ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn wir über das kalte Wasser sprechen, also wortwörtlich kaltes Wasser, irgendwie kalter Pool oder sowas, ich kann da nicht reinspringen. Das ist furchtbar für mich. Ich mag das gerne so, lieber dann erstmal, okay, erst die Füße und dann, okay, jetzt bin ich so Schritt für Schritt tiefer, okay, jetzt ist gut. Beides ist völlig okay. Und diese Herangehensweise an die Angst, die sorgt halt dafür, dass du sie im Nachhinein überwinden wirst. Die Männer, die halt zum Beispiel ins kalte Wasser gestoßen werden möchten, die brauchen eine andere Art und Weise, die sie dazu bringt oder die sie im Nachhinein damit rationalisieren können, dass es okay ist, ins kalte Wasser geschmissen zu werden und die ziehen auch andere Resultate oder andere Erkenntnisse aus der Überwindung der Angst. Und wenn du jetzt Schritt für Schritt in diese Angst reingehst, dann ist das so entsprechend halt Aufwärmen des Ganzen. Und wenn du halt jemand bist, der vielleicht dich, und du musst dich aufwärmen, aber du denkst die ganze Zeit, dass du ins kalte Wasser springen musst, dann kann das wieder Angst machen. Dadurch hast du wieder Angst vor der Angst. Unterdessen musst du einfach einen kleineren Schritt machen. Und das ist völlig okay. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber ich habe keine Zeit mehr, einen kleineren Schritt zu machen. Ich bin schon x Jahre alt und ich hätte schon vor y Jahren diesen Erfolg haben müssen. Mit diesem Denken wirst du deinen Erfolg noch weitere y Jahre hinaus zögern. Weil es ist doch besser, jetzt durch diese Erkenntnis den kleineren Schritt zu machen und immerhin in die richtige Richtung zu schleichen, als in die falsche Richtung zu rennen. Oder? Und das ist dann, da betreten wir den Bereich der Selbstliebe. Machst du etwas? Machst du diese ganze Sache? Also beschäftigst du dich mit dem Thema Frauen, weil du Angst davor hast, alleine zu bleiben? Oder beschäftigst du dich mit dem Thema, weil du es liebst, mit Frauen in Kontakt zu treten? Weil du Frauen liebst, weil du ihre Weiblichkeit liebst, weil du den weiblichen Körper liebst, die weibliche Energie liebst. Aus welchem Grund beschäftigst du dich mit diesem Thema? Und das ist ein wichtiger Indikator. Wenn du es tust, aus Angst davor, alleine zu bleiben, dann wird sich dein Selbstmitleid verstärken, weil sich die Reue verstärkt. Weil das, womit wir uns beschäftigen, das wird größer. Da packen wir mehr Energie rein. Wir beschäftigen uns einfach mehr damit und dann legen wir da einfach mehr Energie rein. Und wenn du dich halt damit beschäftigst, dass du es jetzt schon wieder nicht geschafft hast, auf diese Frauen zuzugehen oder auf Frauen generell zuzugehen und dann beschäftigst du dich noch mehr damit, dich selbst zu bemitleiden und zu bereuen, dass du es schon wieder nicht getan hast, dann wird das größer und dann wird es am nächsten Tag noch einfacher, dich wieder selbst zu bemitleiden. Also das ist eine richtig gute Gewohnheit. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Wenn du das machst, dann hast du das richtig perfekt gemacht. Du hast eine richtig perfekte Gewohnheit erschaffen, ohne dass du es weißt. Und die hast du jeden Tag dabei. Du musst nicht mal mehr darüber nachdenken und du merkst es vielleicht sogar nicht mehr, dass du das tust. Perfekt. Genauso sollten Gewohnheiten sein. Und wenn du das ändern möchtest, wenn dir das jetzt auffällt, cool, dann weißt du, was du zu tun hast. Du musst einfach genau das Gegenteil tun. Die andere Gewohnheit erschaffen. Du hast im Vorfeld schon diese Gewohnheit erschaffen, dann kannst du jetzt auch die andere erschaffen. So eine gute Nachricht. Das ist nicht die erste Gewohnheit, die du aufbaust. Kann jeder schaffen. Jeder, 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 jeder. Du auch. Warum du nicht? Macht keinen Sinn. Wenn jemand anderes das auf dieser Welt schaffen konnte, dann du auch. Was ist bei diesem Menschen anders als bei dir? Dieser Mensch hat einen Kopf, hat Arme, hat Beine, hat ein Herz, hat Augen. Kein Unterschied. Wenn ein Mensch das schaffen kann, dann können das andere auch schaffen. Und diese Begrenzungen sind einfach halt nur in unserem Kopf. Diese Begrenzungen sind in deinem Kopf. Das beste Beispiel dafür ist die Four Minute Mile. Also die vier Minuten 1,6 Kilometer Marke. Also bis ich glaube 1979 war es unmöglich die Meile in unter vier Minuten zu rennen. Und dann hat jemand, dann ist jemand angetreten und hat dann entsprechend, ist eine Meile gelaufen unter vier Minuten und der wusste das nicht, dass das unmöglich war. Und plötzlich, danach plötzlich, mit ein oder zwei Jahren Abständen, immer wieder, haben das neue Menschen immer wieder neue geschafft, einen neuen Rekord aufzustellen, der unter vier Minuten war. Davor war es unmöglich. Aber dann kam jemand, der wusste das nicht und auch mal war es möglich. Das heißt, es ist dein eigener Glaube da dran. Es ist nicht mal mehr Glaube, es ist halt so, was heißt nicht mehr mehr Glaube, es ist größer als das. Es ist das Wissen, dass du gut genug bist. Das darfst du in dir erschaffen. Wissen ist Glaube ohne Zweifel. Und dieses Wissen darfst du für dich erschaffen. Das machen wir zum Beispiel im Coaching. Das machen wir im Mindset Call. Und mit diesem Wissen, was simultan, was du simultan aufbaust, durch die Handlung, weil du auch immer wieder durch die Wochenaufgaben in die Handlung gehst und dann gibst du Feedback dazu, dann geben wir dir Feedback dazu und dann wirst du Schritt für Schritt über genau deine Grenzen hinaus wachsen. Und dann bist du vielleicht jemand, der ins kalte Wasser hinein schubs werden muss oder du bist jemand, bei dem das initiale Ziel vielleicht gerade zu groß ist und dann machen wir den Schritt einfach kleiner. Und das ist völlig okay, weil am Ende des Tages geht es nur darum, dass du das Ziel erreichst. Wie du das erreicht hast, ist vollkommen egal. Da darfst du deine Schulbildung vergessen, wo dann dir der Lehrer gesagt hat, okay, das Ergebnis im Mathe-Test ist richtig, aber du hast nicht den Weg genommen, den ich dir gezeigt habe, drei Monate lang im Matheunterricht. Deswegen gibt es jetzt hier nur einen halben Punkt. Nein, nein. Du hast deine eigene individuelle Art, einfach wie du bist und damit auch auf Frauen zuzugehen und damit auch zu kommunizieren und deine eigene Biografie, die du mitbringst, die dazu geführt hat, dass du diese und jene Limitation im Kopf hast, die einfach Bullshit ist, die einfach eine Lüge, eine Geschichte ist, die du dir über Jahre lang erzählt hast, vor der du nicht weißt, dass sie nicht wahr ist. Diese Limitation im Kopf ist deine Vier-Minuten-Meile und wenn du herausfindest, dass du diese Limitation gar nicht brauchst, dann oftmals geht es Schlag auf Schlag. Dann oftmals merkst du, okay, da ist so viel eingespeicherte Energie, so viel Energie, die ich zurückgehalten habe, weil ich an diese Linie im Sand geglaubt habe, über die ich nicht überstreiten kann, plötzlich wird diese Energie frei und plötzlich erschaffst du Wunder nach Wunder, Wunder aus deiner alten Realität, also aus der Sicht deiner alten Realität, weil das, was du dann erreichst, was du dann erschaffst, das bist wirklich du, Schritt für Schritt immer mehr. Du wirst immer mehr dich daran erinnern, wer du wirklich bist, was alles wirklich in dir steckt, wie großartig du eigentlich schon bist, was für ein toller Mensch du eigentlich schon bist und wie viele Frauen jetzt schon auf dich stehen, wie viele Frauen dir jetzt schon hinterher schauen und du siehst das nicht, wir sagen das ganz oft hier im Podcast, aber das ist einfach so fantastisch. Wenn ich den Männern am Anfang des Coachings sage, du weißt gar nicht, wie viele Frauen dir jetzt schon hinterher schauen, dann glauben die mir das nicht. Wäre schön, wenn es so wäre, ja, ich möchte ja dran glauben und ein paar Wochen später ist es so, ey, du hattest recht, die schauen mir die ganze Zeit hinterher, die sind ja überall, die lächeln mich ja die ganze Zeit an. Das war vorher auch schon so. Du hast es aber nur nicht wahrgenommen, weil du eine andere Brille aufhattest. Hier, ich habe so eine Rotlichtbrille oder Blaulichtbrille vielmehr, so, damit ich, damit ich abends, wenn ich arbeite, halt nicht mehr so viel blaues Licht so bekomme und dann sehe ich manchmal Sachen nicht, so, die diese Blaulichtfilterbrille rausfiltert, die vor mir liegen, weil ich diese Brille aufhabe. Duh. Ist doch ganz klar. Wir müssen lernen, eine andere Brille aufzusetzen oder die Brille mit dem Filter abzusetzen und zu sehen, was eigentlich schon die ganze Zeit vor dir war. Das Unsichtbare sichtbar machen. Darum geht es. und wenn du das möchtest, dann klick auf den Link in der Beschreibung, flirtanalyse.de, frag dich ein, dann sprechen wir miteinander, geht es bei dir auch schon bald ab, sondern dann genießt du den Sommer und nutzt den Sommer genauso, wie er zu nutzen ist mit all den hübschen Frauen, die gerade Sommerkleider tragen und dir den Kopf verdrehen und einfach nur darauf warten, ein Gespräch mit dir zu führen, dass du sie ansprichst, dass du sie vielleicht sogar datest und dass du sie ansprichst und dabei ist dann auch völlig egal, ob sie vergeben sind oder nicht, weil du einfach weißt, dass du ein Geschenk für Frauen bist, dass du ein Geschenk für die Menschheit bist, weil so viel Großartiges in dir steckt. Wir glauben da fest dran. Für Zeit, dass du auch dran glaubst. flirtanalyse.de und damit habe ich, glaube ich, alles gesagt in dieser Folge. Habe ich noch ein Zitat zum Ende. Aus den Trümmern unserer Verzweiflung bauen wir unseren Charakter, hat Khalil Gibran gesagt. Ich weiß nicht, aber ich habe hier dieses Zitat noch liegen. Und Selbstmitleid ist eine Zeitverschwendung, keine gute, kommt davon und es wird auch deine Situation nicht verbessern. Hat Stephen Hawking gesagt oder Stephen Hawking's Computer, irgendwie macht das keinen Sinn. Keine gute, keine gute was? Keine gute Zeitverschwendung? Keine gute Zeit, kommt davon? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Windows-Computer, den er da hatte. So, anyway, flirtanalyse.de War vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.